Das kannst du dir nicht mehr vorstellen. Das kann man sich wirklich nicht mehr vorstellen. Grüße gehen raus an Olli. In Terrorzeitschrift. Islamisten feiern Solingen-Anschlag, drohen mit weiteren Morden. Dann gibt es sicherlich, es ist die Bild-Zeitung, aber sie haben halt manchmal schon auch die Storys, die die Welt bewegen. Attack on Germany for the Revenge of the Muslims. Solingen, Germany, LGBT-Events. 23. August 2024, dann so ein blutiges Messer. More than 11 dead and wounded, da sind die Scholz drauf. In einer Terrorzeitschrift werden der Solingen-Anschlag gefeiert und Homosexuelle zum neuen Ziel erklärt. Alter, ey, mit was für kaputten Köpfen haben wir es zu tun? So, Digga, es ist eine unverholene Drohung, eine Kampfansage von Islamisten an Deutschland und unsere freie Gesellschaft. Der ISPK hat in seiner Terrorzeitschrift Voice of Korazan. Das ist die überhaupt eine Terrorzeitschrift. Aber gut, wir haben ja eine fast verboten, eine böse, böse Terrorzeitschrift. Wie hieß die nochmal? Kompakt, Brüssel, äh, Propaganda-Plakate veröffentlicht. Der Anschlag von Solingen wird gefeiert, konkrete Ziele benannt und zu weiteren Morden aufgerufen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie ist sowas möglich? Wie krank sind die Menschen? Der ISPK aus der Provinz Korazan ist der aktuell gefährlichste Ableger der Terrororganisation Islamischer Staat, der vor allem in Afghanistan und Pakistan operiert. In ihrer Zeitschrift Voice of Korazan feiert die Organisation jetzt den Anschlag von Solingen in Nordrhein-Westfalen am 23. August 2024 mit insgesamt elf Opfern. Alter. Nach dem Messer-Terror in Solingen waren vor der Bühne großflächige Blutspuren zu sehen. Ja, das soll wohl passieren. Meine, ach du großer Gott. Anscheinend wahllos hatte der syrische Asylbewerber, äh, Issa Al-Hasan, oder Hasan, wie auch immer, äh, an dem Freitagabend auf die Besucher eines Stadtfestes eingestochen. Zwei Männer, 67, 56 und eine Frau, 56, starben. Acht Menschen wurden verletzt, äh, verletzt. Vier davon schwer. Ach so, an die Telegram-Typen. Äh, das ist ja ein Computerbild. Nee, der sah so aus, hat man dann ja auch gesehen. Ja, also da gibt's keine Verschwörungen, die sind einfach total beige. Und, äh, ja, warum der noch lebt, weiß ich nicht. Äh, Entschuldigung. Ich werd manchmal schon ein bisschen böse. Für die Rache der Muslime. Attack on Germany for the Revenge of the Muslims. Angriff auf Deutschland für die Rache der Muslime. Prangt über der Seite. Darunter ein blutverschmiertes Kampfmesser. Besonders besorgniserregend. Der ISPK hat jetzt offenbar Veranstaltungen der Schwulen- und Lesben-Szene ins Visier genommen. Alter. Auf der zweiten Seite werden gezielt einsame Wölfe angesprochen. Ach, guck mal. Wie diese einsame Wölfe. Hunde. Feige Hunde. Der Aufruf der Terroristen ist speziell an die sogenannten einsamen Wölfe gerichtet. Also Terroristen, die sich lange unauffällig verhalten, um dann unvermittelt zuzuschlagen. Sie sollen jetzt ähnliche bestialische Taten begehen. Ich denke, die werden alle kurzfristig auf TikTok rekrutiert. Vielleicht doch schon irgendwie falschen Schalter umgelegt im Hirn oder was. Es werden auf einer zweiten Seite Abbildungen weiterer verschieden großer Messer gezeigt. Dazu Äxte und ein Spaten. Spaten? Das wäre ja Arbeit. Da rennen die doch weg. Sieht aus wie in einer amerikanischen Jagdzeitschrift. Schlimm ist das. Schlimm. Einfach schlimm. Unmissverständlich und alarmierend. Islamistische Schläfer in Deutschland sollen sich bewaffnen, egal womit, und wahllos Ungläubige und in ihrer kranken Ideologie lebensunwerte Menschen abschlachten. Staatsschützer sind alarmiert. Ach, die schon wieder. Ein hochrangiger Staatsschützer zu Bild. Dass die Terrororganisation IS den Anschlag von Solingen für sich reklamiert, war bereits klar. Ja, ich glaube, das sind ja eh alles. Wie heißt das? Nicht Merchandise? Meine Güte. Wie heißt das denn nochmal? Da gibt es eine Hauptfirma, ne, ISIS, und die suchen sich dann aus. Ja, dat claim war, dat claim war, dat claim war. So kommt mir das vor. Aber diese Art des Jubels beinhaltet ja sofort einen Aufruf für potenzielle Nachahmer. Seit dem 7. Oktober würden massiv zunehmende islamistische Terrorplanungen und Anstiftungen, insbesondere auch bei jungen Menschen, vor allem über die sozialen Medien, beobachtet werden. Da rollt eine regelrechte Welle von Nachwuchsterroristen heran. Und der gezielte Aufruf, LGBT-Events zu attackieren, alarmiert uns sehr. Ja, das kann ich wohl auch verstehen. Diese Art des Aufrufs ist neu. Wie viele Zeichen braucht man noch? Wie viele? Geht ihr mal an. Da, es wird Werbung dafür gemacht. Ja. Oh, Lone Wolf, where are you? Oh, einsamer Wolf, wo bist du? Unmöglich. Da ist nochmal das Plakat. Und nochmal, in Zeiten wie diesen, ja, Grenzen unbewacht zu lassen, liebe Grüne oder andere Verballerte, ist, jetzt muss ich das richtige Wort finden, ist, ja was ist das? Eigentlich ist das Sabotage am eigenen Land. Ich will das Wort Volk nicht benutzen, weil das ist irgendwo, das Volk, das ist Sabotage am eigenen Land. Solange die EU-Außengrenzen nicht komplett durch alle teilnehmenden Nationen gesichert sind, und zwar richtig gesichert, und solange man auch intern nicht für Sicherheit gesorgt hat, brauchen wir vernünftige und vernünftig überwachte Grenzen. Aber, das kann nicht alles sein, denn die sind ja schon drin, sehr viele sogar, da muss man mal ein bisschen härter vorgehen. Wie gesagt, Messerverbotszonen, okay, dann habt ihr das Recht, da Leute auch mal zu durchsuchen. Und, wie gesagt, man braucht einfach härtere Werkzeuge kurzfristig, denn ich habe keinen Bock wegen dieser Dödel da, dass die Freiheit des gesamten europäischen Volkes da beschnitten wird, aber im Augenblick sind solche Dinge von Nöten. Irgendwie muss man das in den Griff bekommen. Und das bedeutet sofortiges Einsperren in böse, böse Gefängniszellen, solange bis ein Richter entscheidet, okay, kann es gehen, okay, kann es gehen mit Kaution oder du bleibst drin und nach Absitzen der Strafe abschieben. So schwierig kann es nicht sein. Und wenn ihr dann mit den Taliban reden müsst, dann redet halt mit denen. Hauptsache, die Leute sind raus. Draußen. Und diese Meinung habe nicht nur ich, als richtig Bio-Deutscher bin ich ja auch nicht. Diese Meinung haben viele Deutsche, Italiener, Türken, Jugoslawen, gibt es nicht mehr, ist das verboten zu sagen, Jugoslawen, viele Sinti und Roma, viele Syrer und Afghanen, die sich vernünftig benehmen, die haben genau diese Einstellung. Raus mit denen, die Ärger machen, weil sie den Ruf ruinieren für die, die ein sicheres Leben suchen und an unserer Gesellschaft einfach mitarbeiten. Jetzt reicht es aber für heute. Jetzt reicht es. Was macht der tote Papagei? Hallo, Pony! Pony! Pony Perrott, wake up! Pony!